Darum, dieweil wir ein solches Amt haben, nachdem uns Barmherzigkeit widerfahren ist, so werden wir nicht müde, sondern meiden auch heimliche Schande und gehen nicht mit Schalkheit um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern mit Offenbarung der Wahrheit und beweisen uns wohl gegen aller Menschen Gewissen vor Gott. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es in denen, die verloren werden, verdeckt, bei welchen der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinne verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangelii von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum, dass er sei der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der der hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstände die Erleuchtung von der Erkenntnis, der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber solchen Schatz in irdischen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um und tragen um alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leib, auf das auch das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, auf das auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Darum, so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Die, weil wir auch denselben Geist des Glaubens haben, nach dem geschrieben steht, Und wissen, dass der, so den Herrn Jesum hat auferweckt, wird uns auch auferwecken durch Jesum und wird uns darstellen samt euch. Denn es geschieht alles um euret Willen, auf das die überschwängliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. Darum werden wir nicht müde, sondern, ob unser äußerlicher Mensch verweset, so wird auch der Innerliche von Tag zu Tag verneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und über allemaßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir wissen aber, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir ein Bau haben von Gott erbauet, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und über demselben sehen wir uns auch nach unserer Behausung, die vom Himmel ist, und uns verlanget, dass wir damit überkleidet werden. So doch, wo wir bekleidet und nicht bloß erfunden werden. Denn die, weil wir in der Hütte sind, sehnen wir uns und sind beschweret, sind einmal wir wollten lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf dass das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben. Der uns aber zu demselben bereitet, das ist Gott, der uns das Pfand, den Geist gegeben hat. Wir sind aber getrost alle Zeit und wissen das, die, weil wir im Leibe wohnen, so wallen wir dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim oder wallen, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut oder böse. Dieweil wir denn wissen, dass der Herr zu fürchten ist, fahren wir schön mit den Leuten, aber Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch in euren Gewissen offenbar sind. Dass wir uns nicht aber mal loben, sondern euch eine Ursache geben, zu rühmen von uns, auf das ihr habe zu rühmen, wieder die, so sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Denn tun wir zu viel, so tun wir es Gott, sind wir mäßig, so sind wir euch mäßig. Denn die liebe Christi dringet uns also, sinde mal wir heiten das, so einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, auf das die, so da leben, hinfort nicht ihn selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch, und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesum Christum und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott vermahnet durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ihr Lieben und Süßen, macht ein Selfie wie ich, kleidet euch wie ich, das ist Bildung. Wir machen ein Selfie und kleiden uns genauso wie unser Vorbild Influencer XY. Haltet ein, das Böse ist durch eure Augen und Ohren in euer Inneres eingefallen. Nun ertönt es als allgemeine Bildung aus eurem Mund. In Lukas Kapitel 6 Vers 45 heißt es, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus.